Fünf Totems fehlen noch. Ja, unsere Steinvorräte sind gerade noch annehmbar. Na komm, ich hole nur mir einen neuen Trolltitanen. Was fliegt an? Jawohl! Und zwei Werfer und dann passt's ja. Da ist unsere Armee wieder vollständig. Und ich denke nicht, dass wir jetzt wieder so viele Werfer verlieren werden. So, dich ziehen wir mal zurück. Oh, einen Krieger? Quake hat nichts Neues zu sagen. Übrigens, ich hab's doch gar nicht angesprochen, aber das sollte ihm klar sein. Das ist derselbe Quake und Schallach wie aus Order of Thorn. Also, nachdem er uns in Dings geholfen hat, im Nachtschattental, oder besser gesagt in der nördlichen Gottmark, er hatte den Forstmarschen. Er hatte den Forstmarschen. Ich weiß es nicht mehr genau. Die Forstmarschen sind ja hier, äh, Wildlandpass, das war der davor. Ist ja auch egal. Also, er hat uns auf jeden Fall geholfen. Und hat auch, ähm, ja, Urias gerettet. So, da kommen sie schon wieder. Aber jetzt haben sie hier keine Defense mehr, das heißt, ich kann einfach durch. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Sobald meine restlichen Trolle gekommen sind. Also meine eigentliche Kampfkraft. Ich finde es echt lustig, dass es ein Portal nach Frostfall hier gibt. Und ein Portal nach Miratour. Gut, das Portal in Miratour, das war verschlossen. Also da war das Grenztor dicht. Deswegen konnten die Imperialen hier nicht rein. Bei Frostfall verstehe ich es nicht ganz. Sie konnten eigentlich jederzeit nach Frostfall rein. Weil es gab da kein Tor, was im Weg war. Und hätten Miratour von hinten aus angreifen und erobern können. Hätten sie uns nicht gebraucht. Was macht ihr? Es wird auch gerade lustig, wie das Ding mächtiger Zyklop heißt und nicht mächtiger Troll-Titan. So, das heißt, wir können hier durch und kommen mal das Ock-Monument. So, hier fehlt noch einer Bäume. Ja, da hat noch einer Baum gefällt. Hier gäbe es ja auch noch etwas Holz zu pfällen. Hier gäbe es Holz und Klenia. Was meint ihr, Herr Zytauscht, Lichtgläubige? Okay, Mondtumber. Oh, hier gibt es noch eine Mordtumber. Oh, hier gibt es noch eine Mordtumber. Was wollt ihr, hat sie gedacht? Ich glaube ja. Wo ist mein Feuerelementar jetzt gerade? Da? Dann fangen wir hier einfach schon mal an. Ja, sofort. Schnell. Folgt mir. Ja, hier gehen wir mal kurz zur Kuhn. Schnell. Für die Freiheit. Wohne Krieger zu mir. Für die Freiheit. Vorsicht, Gegner. Halt dir noch ein Glück, Freunde, Frechlinge. Was wollt ihr? Okay, da hat uns einmal aber gut, äh, doch ein Zauber nach der Aura der Heilung. Hm, hat uns einmal gut das Mal entzogen. Und ja, ich hab' ne neue Idee. Wir lassen lieber die große Armee da oben. Wo sie mehr Platz hat. Und kämpfen mit der kleinen Dunkelhelfentruppe und bis hier unten durch. Auf mein Kommando. Und los. Kämpft Männer. Dann haltet Männer. Ja. Hier. In die Schlacht. Auf mein Befehl. Vorwärts. Schnell. 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 Der Eide leuchtet, oder? Ja. Der hat den Zauber dabei. Auf mein Zeichen. Auf mein Zeichen. In die Schlacht. Hier. Sofort. Oh, hier stehen Imperiale herum. Ist auch interessant. Hier. Hope your dream happened. E happenst du. Dabm sind auf in der eigenen Kzeit? Hier haben sie keinen Jobseite. Schnell! Ich bin es halt lustig, wie das Feuerlementar hier den Turm Bitch Snaps verteilt. Und die Tür wird dadurch auch noch Schaden nehmen. Hier, sofort! Ich habe so das Gefühl, da geht es da genauso. Oh! Ei! Und da kommt eine riesige Armee auf uns zu. Was wollen wir hier? Die sollen weggehen! Hinterkopf! Hinterkopf! Die sollen weggehen! Wo ist meine Keule? Was läuft hier? Auf mein Zeichen! Sofort! Nicht Gläubige! Mir nach! Ja, war ja klar, dass wir Ox verlieren werden. Auf mein Kommando! Mir nach! Darf ich töten? Auf meinen Befehl! Kämpft Männer! Das ist ein Hinterhalt! Die sollen weggehen! Die meinen es ernst. Wo kommen die her? Was wollt ihr? Erzittert, Lichtgläubige. Hau, hau, hau. Er hat wieder Erfahrungspunkte erhalten. Und das ist auch ein gutes Stück. So, was habt ihr denn? Nichts und... ...zu Abwechslung bei dem... Ist das euer Ernst? Okay. Fallen Sie tot, Lichtgläubige.